Hallo zusammen, wir sind hier in der Burg Trotte, ein Restaurant und wir sind hier an der Küche und ich zeige euch jetzt hier die neue Küche. Ja, das kleine gemütliche Restaurant ist ein bisschen Unordnung, weil hier natürlich jetzt zu ist und die Baustelle läuft und hier ist eine sehr kleine Küche und hier haben wir eine Kühlanlage, ist natürlich jetzt alles noch im Bau. Hier unten ist der kältetechnische Anschluss von der ersten Kühlstelle, hier ist die zweite Kühlstelle, also hier haben wir dann Auszüge drin und hier ist die dritte Kühlstelle. Die Küche wird hier gemacht von Ultra SA, verlinke ich euch natürlich logischerweise unten die Website. Also diese Trotte hier, die Burg Trotte ist ein sehr altes Gebäude, da musste alles original sein und hier hinten sitzt die Kühlmaschine. Hier ist natürlich auch jetzt noch Baustelle mit dem Filter und die Leitung, die unten rausgeht. Ja, mehr kann man hier eigentlich nichts sagen zu diesem Kühlaggregat, was hier so im Technikraum, hier oben läuft die Lüftung entlang.